Ich kann's alleine kochen. Ich fühle das so oder so. Kennst du gar nicht? Doch, kann ich. In Minecraft schon. Nee. Du bist zu blöd, den Herd aufzumachen. Obwohl du aber nur richtig drauf machen musst. Nein. Doch. Und ihr quipt bei in der Nähe unserer Häuser überlässt du mir. Nein. Und du lässt sie nur hochgehen, ey. Ja, und? Ja, das ist behindert, weil das alles gekut macht. Ist halt gut. Ja, nee. Schlag ich dich. Nein. Wie nein, doch? Nein. Nein. Doch. Nein. Hey, fuck it, holy dude. Nein. Wir waren hier intelligent und hat hier einen Baum abgeholt und hat hier nicht alles erfolgt. Ah, Mann. Wo denn? Wo denn? Hier ist auch noch ein Eiferbaum. Hier ist auch noch ein Eiferbaum. Musst du auch mal hier auseinander nehmen. Also ich? Ich weiß auch wie das geht. Nee. Der ist nur die Frau. Oh. Du kannst mal sterben. Du hast das Holz umgebaut. Ja. Mann, 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 Mann. Ich überlege gerade. Ja. Gut, Apfel. Nein. Das lässt du bitte sein. Nein. Doch. Grundsätzlich nicht. Doch. Grundsätzlich nicht. Doch. Ich bin dein Präsident. Knie vor mir. Was? Knie vor mir. Ich bin dein Präsident. Ich bin gar nicht vor dir. Musste aber. Sprich von der Brücke. Vielleicht tue ich das dann. Ja, spring von der Brücke los. Nee, du. Nee, du. Nicht ich. Doch, du. Warum sollte ich? Ich hab ja keinen Grund dazu. Doch. Du. Doch. Nein. Doch. Dann wie will. So. Und Creeper. Und Creeper. Ja. Ich bin einfach schuld. Ich bin einfach schuld. Ich bin einfach schuld. Du knuck'n mir die Eier. Ne. Heute nicht. Doch. Gerade heute. Ne. Ich hab was besseres zu tun grade. Was kannst du denn vorhaben? Was besser ist als mir die Eier zu nukeln? Äh... Deine Farm? Das ist nicht besser. Viel besser. Nein. Doch, finde ich schon. Scheiß Minecraft, Alter. Minecraft ist nicht scheiße. Übel scheiße. Ja, sag ich auch gar nicht. Und grad das hier ist grad kacka. Hab Pech, ne? Ne. Wie, ne? Doch. Ne. Hättest du wohl gern, ne, wa? Nö. Du auch? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Witzig, ich leide. Ja, das sowieso. Ja, guck. Also hatte ich doch recht. Ich hab immer recht. Nein, hast du nicht. Wollen wir wetten? Ich hab immer recht. Wenn ich mal nicht recht, äh... Wenn ich mal nicht recht hab, dann trifft du an Punkt 1 zu. Also hab ich mal recht. Ne. Hast du doch grad bestätigt. Punkt 1. Ich bin immer Punkt 1. Ne, ich bin Punkt 1. Ne, ich bin Punkt 1. Nein, ich bin Punkt 1. Hättest du wohl gerne, dass du Punkt 1 bist, wa? Nein, ich weiß, dass ich Punkt 1 bin. Du bist hier gar nix. Du bist innerrangig ganz unten. Das kann nicht sein. Doch, das kann irgendwie doch sein. Ne. Aber ist das so. Wie soll das, äh, sein? Nenn mir eine Definition, wie es passieren kann. Du bist einfach raus unten, weil andere ist so ganz unten. Nein. Doch. Ne. Doch. Ach nee. Heute mal schon. Und sonst auch immer. Malerweise bist du ganz unten. Ja. Der war gut. Dieses war jetzt kein Witz. Ich bin mal ganz oben. Ich hab auch der beste Mann, weißt du. Und er sprengt wieder alles. Ja. Dieser Typ hat echt lange Weile. Ja. Ich spiel Minecraft. Hallo. Ich dachte nicht, dass du lange Weile hast. Grundsätzlich doch. Nein. Ich hab ganz viel Kohle gefunden. Nein, hast du nicht. Ich verbiete es dir. Leg sie wieder weg. Hab ich doch nicht mitgenommen. Sammel sie auf, bringe sie mit. Ne. Ich befählige es dir. Ach. Geh zum Teufel. Ich bin der Teufel. Es persönlich. Der Teufel wollte mich auch nicht. Wurde schon mal hingeschickt. Er hat gesagt, ne, ne. Nach fünf Minuten bin ich wieder weggeschickt. Du bist, du bist, bist du zu blöd für ihn, ne. Ne. Ich hab hier grad Grenz gemacht. Er hat dich angeguckt und musst du lachen vor, äh, ist dann gestorben vor Lachen, ne. Vor, vor Angst ist er gestorben. Und ist dann, äh, nicht in die Hölle gekommen, sondern wir in den Himmel. Oh, ich bin im Himmel. Nicht du, er. Ne, ich bin im Himmel. Ne, der Himmel ist wie Hölle auf Erden. Himmel ist wie Hölle auf Erden. Uhhh. Ehrlich jetzt. Ja? Lass den Scheiß. Warum? Da liegen Eier. Sammel die Eier auf. Bring die Eier mit. Nö. Doch. Ich verlange es von dir. Nö. Doch. Ich hab's jetzt aufgesammelt. Deine Schuld. Hast wenigstens was Sinnvolles getan heute. Ich hab das Haus gebaut. Noch nicht fertiger Haus. Bestimmt ein, äh, ein Frieck oder ein Rechnick oder sowas. Halb. Bestimmt, bestimmt nur aus Klötze. Auf Vierecken besteht's. Oh Gott. Das kann ja jeder ein, manch, was bauen. Jo. Aber ich könnte dafür am besten. Ne. Irgendwie ja schon, ne. Wir haben Ende am Anfang direkt unter uns. Direkt unter uns? Ja. Du könntest ja mal ein paar Schafe sammeln und dich nützlich machen. Nee. Ja doch halt. Nee, da drauf halt hat keine Lust. Ja doch. Zum Überleben. Was, wie wollen wir mit Schafen? Überleben, Betten bauen. Wir dürfen halt nicht sterben. Hä? Wir dürfen halt nicht sterben. Du bist schlau. Das ist der Typ, mach mich echt fertig, Leute. Ich bin auch entschuldig. Auch ein Endermann. Ich bin auch nix. Du kannst es einfach nicht. Ich kann's wohl. Du nicht. Ich kann's besser als du. Du weißt ja gar nicht, ob ich das kann. Du weißt ja gar nicht, ob ich das kann. Ich brauche Holz. Bring mal Holz mit. Ich will jetzt jemand anders töten. Hä? Ich sollte ihn jemand anders töten, aber dann bin ich doch gestorben. Ohhhhhhh. Ja, ohhhhhhh. Weißt du was? Ey, du bist nur am Haus bauen, weiß ich. Nee, das interessiert mich nicht. Was? Ich weiß, dass du gestorben bist. Achso, ja gut. Ich hatte ja nur Eis und allem drum dran mit. Achso, noch denn? Ich so wie du, gar nicht. Wieso wirst du nicht respawned? Du machst dich echt fertig, weißt du das? Soll ich dich fertig machen? Ja. Nein, schlag mich nicht, schlag mich nicht. Ich guck dich nicht an. Guck dich nicht an. Nein, guck dich nicht an. Was machst du denn da? Mit wem belegst du dich jetzt schon wieder an? Niemand, ich guck dir einen Endermann mich an. Jetzt aber unhöflich. Ich guck dich nicht an. Nein, ist es nicht. Doch, das macht man nicht. Man guckt den Endermann nicht an, was weiß ich. Das ist aber unhöflich. Nein, ist es nicht. Doch. Es ist unhöflich, den Endermann anzugucken. Nein, weil dann will er einschlagen. Ja, weil du ein Niederbild angeguckt hast. Ich geh jetzt ein bisschen Holz, äh Stein sammeln. Hi creepy. Was ist jetzt da? Farmen? Stein. Was ist jetzt mit Stein? Unser Haus zu Ende bauen. Ja, dann brauchst du doch nicht farmen. Die kommen doch gerade aus der Mine wieder. Hast du Stein dabei? Ich hab Stein dabei, ja. Ja. Wie viel? Äh, zwei, fast drei Vierundsechziger. Gut. Uiuiuiuiuiui. Ah, was für ein hässliches Haus. Ich baue einfach ein Standard jetzt. Schnellhausbau. Oh Gott, die Scheiße aus. Und die haben wir schwer mit Kohle. was jetzt mit den steinen machen die man nach oben ja und da fehlt noch was denn die seiten mit die rahmen für die fenster und meine bergbank wir haben noch hier unten eine und ich brauche man die oben so hat man die tür alles klar wo soll die touren hin die hecke hier was hier was noch holz über wieso machst du so viele kisten was haben wir damit die brauchen wir wir haben am anfang noch nicht das kosten vor holz bretter oder ja normal holz also einfach um zu prüfen zu erstellen ja heute habe ich noch wie viele gutes kind wo dann die öfen sind die öfen kommen unten in die küche ja wo denn dran schmeiß her ich mach das gleich hast du die öfen her wo wohin ja hast du die öfen ja immer schon erst mal hierhin ein ich bau dir in dem bau du die hin wo hier ja hier neben so was Ne, boah, ich darf auch noch mal was. Ach, Stein macht er. Ja. Ich mag Stein. Du etwa nicht? Nö. Warum? Warum sollte ich... Was hattest ich dir getan? Falsch. So, ich mach ein Dachchen. Ich verbau mich, ich verbau mich. Ach da, da. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Ach du lieber Gott. Creeper. Wo, ach da. Nicht hingehen, der macht hier alles kaputt. Mhm, fahr schon kurz hervor. Ja, genau. Wie war das hier, wo du in die Luft jagen? Ja, was soll ich machen, wenn da zwei Stück kommen? Ja, und? Schäm dich. Da geht mindestens einer hoch. Ja, schäm dich. Ja, nee. Worum soll ich mich jetzt schämen? Ich hab versucht. Ich hab mein Bestes getan. Um die Mensch halt zu retten. Um die Mensch halt zu retten. Ist das noch ein Creeper? Ja ja, das fliegt hier vorne gleich in die Luft. Werde ich jetzt? Ich hab's in die Luft vor mir, ja. Ikkool zu retten. Ich hab's in die Luft. Ich hab's in den Zaun. Ich hab's in den Zaun. Und das fliegt hier. Ich hab's in den Zaun. Ich hab's in den Zaun. Du in den Zaun. Ich hab's in den Zaun. Und das ist ja. das sieht echt scheiße aus muss ich echt sagen ja es ist noch nicht ganz fertig jetzt dafür ist es nicht fertig es sieht scheiße aus ich weiß man kann es auch ändern ich klaue dir deine öfen um hier ein klein äckchen für die küschke zu bauen ist echt keine ahnung die habe ich selten die schon immer drein gemacht hier alles leer packe ich hier immer alles zeug rein was ich zu haben hier kommen so die dinger hin hast du noch einen stock was noch holz in stock nein dort soll ich niemals besitzen warum nicht das was wieviel brauchst du denn ein ja hier komm her hast du einen habe ich habe genug wieso sagst du denn ein oh das war nicht falsch das war ein stein hier kannst du nicht zählen doch kann ich aber was will ich mit den zwei zählen mann 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 weil ich zeige dass du mich fertig machst warum mache ich dich fertig ja seelisch du machst mich seelisch fertig soll ich das denn hinkriegen ja indem du einfach du bist also ja gut das merke ich mir ja mach mal mach ich auch ja schön freust dich jetzt den keks ja mach ich jetzt ja mach wobei ich sehr eng hab ja möchte ich aber der rund muss äh der keks muss rund sein und weil das kann sein ja er ist rund ich platz mal hier oben die ersten samen an so müssen wir ein bisschen holz klauen wie viel holz brauchst du denn um das dach fertig zu machen